Latschupiti bei meiner Baumap. Falls hier, äh, fallen nicht alleine und hier auch sicherlich auch nicht ungefährlich, sieht aber gerade gut für mich aus. Äh, ach was auch immer. Jetzt derbel hatte wir so die nächste Map. Äh, schau, ob wir überhaupt ein Map haben. Und wenn wir ein Map schaffen, wir das hertauchen, wenn wir es dann nicht schaffen, wie denn Piti sagt. Oh. Äh, falls, äh, hä? Du musst mal gehen. Irgendwann mal. Wenn ihr davon noch schon ein paar Sachen wollt, wo ich in Piti bei Baumap bin, dann schreib es in die Kommentare sehr gern. oder so ein bisschen siebte. Was halt so cool aussieht. Also, ja. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, eigentlich. Was auch immer. Meine Frau sollte ich gar nicht sagen. Ja, am Ende. Könnt ihr mir das mal sagen? Hm. Äh. Äh, falsch. Mal eine andere Skin. Mir geht mal erst so gut darst du gefühlt wie Fran. So, äh. Die Polizei ist hinter uns. Hilfe! Das war ja mal einfacher. Soll das noch schwierig der Mathe, wo denn plötzlich Weiby die sind? Oder am schlimmsten sind die für 10? Tote und ihr auch schon. Der Mathe, wir machen jetzt. Pity sagt. Pity sagt, schreib das Set. Pity ist so. Abseidheimer? Okay. Springen. Springen. Stopp. Bist gestoppt? Falk, wie hast du es gesagt? Aber jetzt bist du. Du wirst mich niemals finden. Hallo? Wo? Einfach gesagt. Warum alle auch nicht? Sie sagt, schreib das zuerst. Wie sieht es im letzten Jahr? Rat CAT Toto? Toto? Mmm? Toto? spieler jedes fall die die wir niemals finden und besiegt die hat sie in die rosa warum so lustig du schreibst ja und die wahre blöcke auch für immer vielleicht sogar was du hättest du mir beobachten können die ist darunter gefallen fällt runter bitte hallo jedenfalls ich kann dir noch spieler ok 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 das sollte offensichtlich reichen trau mir einfach mal bitte nicht schummeln ich schwöre habt ihr auch gesehen höh jedes falls bis nächstes mal leute wenn ihr noch mehr verrückte PDA beteuern wollt denn like und folge bei uns bis nächstes mal noch erzählen und ja folge auch dann mein bestie Softboy dann und schau um bitte sein Rebels BV Video bis nächstes mal aber tschüss tschüss